ja hallo hallo wieder rote ketten diesmal mit dem kb2 von dass wir aus von trumpeter und zwar der ist auch schon relativ länger dass sie gebaut haben der man ein bisschen spiele jetzt wieder kb als es auch kein fast assembly kit eine gummikette auch dass man da nicht so gut gelungen zum teil da sieht man so eine lücke oder sowas war das ist halt am war von vorne aus was auch immer ganz wichtig bei allen trumpeter kb-panzer ist die haben hier über dieses kleine loch da können die aufhängung für das seil rein ich denke aber jedes mal das ist ein teil vom bogen knips das ab da liegt das und die aufhängung kriegt es nie wieder so hin wie es gehört ein bisschen er das ist auch mein problem das hat mit dem bausatz zu tun was ihr bis versucht ein bisschen mit hellerer farbe das kann so ein bisschen verbraucht aussehen zu lassen es ist wohl nicht ganz so gut gelungen vielleicht noch mal ein allgemeines wort zu den kw-panzer das wollte ich eigentlich zu den ganzen fahrzeugen sagen und zwar die eigentlich hört man von denen relativ wenig man erfährt auch von den relativ wenig und was eigentlich schade finde und zwar warum hört man sich von denen wenig weil die deutschen die halt auch selten erwähnt haben weil für die war jeder russische panzer ein t 34 und auch diese kw-panzer die waren halt unglaublich schwer zu besiegen auch diese kb-2 das ist das ist ja nun ich hatte mal die zahlen im kopf habe dann einen vergleich gemacht wie schwer die sind in tonnen die deutschen panzer vergleich zu waren da war vielleicht doppelt so schwer wie jeder deutsche panzer nur weil ich gerade daneben dran stehen haben das war der größte deutsche panzer als bavarossa angefangen hat was man sieht es schon allein vom bild dass der kw-panzer ein ganzes stück größer ist oder ein ganzes stück schwerer ist und da gab es wohl wirklich dass er ganz mal schwer zu zerstören waren deswegen auch jeder panzer genauso wie bei den deutschen jeder panzer am ende ein tiger war war dann jeder panzer ein t 34 auch diese dinge die man eben nicht so leicht kaputt kriegt waren dann halt auch t 34 haben zu diesem mythos beigetragen probleme war aber halt ja in spielen oder wie man sich das vorstellt kämpfte ein panzer gegen einen anderen panzer meist kämpft aber panzer gegen mit infanterie oder gegen infanterie oder in kombination vor allem kombination mit infanterie und die da die sowjet ihre armee sozusagen komplett umgebaut haben zu dem zeitpunkt hatte die infanterie keine lkw zum beispiel konnte mit dem panzer nicht schritt halten und die waren dann auch nicht zusammen ausgebildet zu sagen was er sich das so ist wo halt die kw-panzer alles platt gefahren haben weil es halt ihr befehl war aber dann halt irgendwo standen ohne darauf zu achten wo ihre infanterie ist und dann halt von deutscher infanterie ausgeschaltet wurden zum beispiel so sachen aber wie gesagt das auch so es gab auch wohl stories wo manche von den panzerne wenige panzerne große wehrmachtsverband aufgehalten haben weil er dafür steht halt auf der straße und was macht wenn das ding da steht glaubt wenn es dasteht was wenigstens weil selbst wenn man kaputt macht ja dann steht das dort das wie immer noch im weg rum dann muss es der seite räumen also ja ich finde die werden zu wenig irgendwie zu wenig im allgemeinen bewusst sein dass die sowjets eigentlich die größten panzer gebaut haben zu dem zeitpunkt und bei weitem nicht die deutschen das ist ein bisschen am ziert auch weil leulein weil viel was er was was zweiter welt die geschichte ist auch aus amerika kommt und da spielt natürlich kw-panzer keine rolle ständig gut das ist der kw-2 von trampeter kann man ja auch nur empfehlen wie gesagt darauf achten dieses eine stelle mit der es gehört wirklich zum panzer nicht zur nicht zum bogen ja das soviel dazu ja auch diese diese kette ist aus gummi auf diese seile sind auch aus gummi da platz ist langsam ein bisschen die farbe ab das sieht ein bisschen unschön aus aber es ist auch schon recht auf zwei jahre her dass ich ihn gebaut habe also